Hallo, guten Morgen. Wir haben jetzt ca. 11 Uhr, waren schon Essen, also Frühstück haben wir und jetzt sind wir hier am Fotoshooting mit Pixel.de, guck mal, da hier, sein Auto, meins, das ist alles für Jido-Verformen, finde ich einfach geil. Link in der Beschreibung auf jeden Fall. Oder? Nein. Eigentlich sollten die auch umstehen, aber es ist angenehmer auf der anderen Seite zu sein. Ich hätte immer Autos einweiten müssen. Ja, was los? Schuss kaputt. Ich habe gerade gegessen, Fleisch und eine Wurst, mega lecker gewesen und jetzt gibt es ein wenig Action. Schuss kaputt. Schuss kaputt. Ich bin ein wenig angenehm. Das wird immer gut anfangen. Ja, es ist immer gut. Huuuuuuuuuuuuuuuuh. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR